Na gut, Freunde. Konka guckt schon richtig böse. Genau, er spricht ja von seinem Arsch, weil er hier in der Scheiße sitzen muss. Ey, guck mal, was der Typ vom letzten Mal hier verzapft hat, Alter. Ich hab mir gerade arg auf der PC gekauft. Einfach so. Argwürdig, okay, mal zocken. So, du Typ. Was müssen wir hier jetzt eigentlich machen? Wir müssen wahrscheinlich mit dem Typen hier lang. Kann man das Teil schieben? Ja. Das ist die Frage. Also, ich bin ja völlig neu hier in dem Bereich. Oh. Danke. Oha. Warte, lass mich hier ran hänge. Okay, okay. Lampen. Okay, das war schon mal ein guter Start. Ja, ja, der Fallschaden, ja. Ich weiß. Ah! Und ich sollte, bevor es weitergeht, ganz schnell. Ach, fuck, ey. Ich sehe nichts. Sekunde. Wir müssen mal einmal ganz kurz. Wundert euch nicht. Swoop. Jetzt bin ich hier ganz klein, aber ist ja auch egal. Ähm. Zack, zack. So. Genau. Ich muss einmal kurz nicht stören. Perfekt. Und dann machen wir es wieder rein. Swoop. Jö. Es klappt nicht, wenn du oben drauf stehst, aber wenn du dich dran hängst. Ja, ne? Ach, das ist halt dumm irgendwie. Aua, nein. Aua. So. Was können wir denn hier machen? Ich ahne, Schreckliches. Ich muss den TNT-Dude wahrscheinlich hier durch manövrieren. Und dann hier explodieren lassen. Oder hier durch. Aber okay. Das wird der Plan sein. Ist hier noch jemand in dem Boot? Ja, aber ganz ehrlich, Leute. Ark ist auch so ein Spiel, was ich in meinem Leben sehr gerne mal zocken würde. Aber meine ganzen Leute, die es auch spielen, die spielen es nicht mehr. Und für PS4 hole ich es mir nicht. Hey, Tebowlchen. Mit Conker würde ich nicht an deinem Tisch sitzen wollen. So, wo ist denn jetzt hier? Da ist er. So, Junge. Ich weiß, du hast ja nicht den Po abgewischt. Aber es geht nicht anders. Ich muss ja den Po fassen. Hey, ey. Das ist nicht sein Ernst. Das ist so... Als ob. Das ist doch nicht sein Ernst, Mann. So. Jetzt muss es aber klappen. Hallo, ich brauche bitte noch einen. Hallo, hallo. Er kommt erstens wieder raus. Einfach so. Kanonenfutter. Da ist doch Klopapier. Du bist gerade rüber gelaufen. RIP TNT, Dude. Ja, Teebeutel. Es tut mir leid. Aber beim letzten Stream waren wir in der Villa. I'm so sorry. Aber du kannst es nachholen. Ich wollte gerade sagen. But, du kannst es nachholen. Du kannst es aber gerne nachholen. Das gibt es als Part schon auf YouTube ready. Na ja, jetzt weißt du, wieso es so voll ist, wenn die ganzen Leute da drin hängen. So, Typik. Du musst jetzt hier mal lang. Ich muss jetzt erstmal gucken. Das ist ja wirklich ne... Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Das ist ja noch alles ganz human. Steh wieder auf. Es geht weiter. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. So, hier sind wir nur die Dancing Kisten. Dancing Boxes. Okay. Bleib stehen, bleib stehen. Oh mein Gott, Alter. Der wäre fast reingerannt. Komm schnell, mein Freund. Komm schnell. Ich bleibe hier. Du gehst. Wie er guckt. Jetzt stell dir das mal mit einer 64-Steuerung vor. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es so viel schlimmer sein soll. Aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht, dass der Typ länger läuft, länger einfach gerade ausläuft oder so. Dann lass uns doch einfach mal den Typen abschießen, wa? Hö, als ob ich ihn getroffen habe. Hö, als ob ich ihn getroffen habe. Jetzt ist die Frage. Wie kann ich denn... Achso, da sind schon Löcher. Muss ich einfach durch die Löcher durch? Oder an den Löchern vorbei? An dem Sand vorbei? Ah ja, mehr oder weniger. Ich muss aber den Weg folgen. Okay. Die bewegen sich ja nicht mal. Die chillen einfach. Mal hin. Ich bin schon gespannt, was dann kommt, Leute. Dann wird sich ja irgendwann bei der Bundeswehr, ne? Ich brauche noch einen. Kommt mal raus hier. Oh, geh bloß wieder rin, Mann. Boah. Ich muss es. Hi, Kilian. Schön genannt. Bin gleich erst online, da ich kurz unter die Dusche öpfe. Mach das lieber. Geh lieber duschen, mein Lieber. Und dann bis gleich alles gut. So, friendos. Mann, der Typ, ey. Au, au, guh. Mann, ey. Wenn ich mich noch richtig an Marcel's RP erinnere, war dieses Armeegebiet sehr geil. Ich bin tatsächlich... Ich weiß halt kaum noch was. Ich hab da... Ich weiß auf jeden Fall noch ungefähr, was passiert. Und gerade diesen einen Ausschnitt aus diesem einen Film, den kenne ich auch noch. Aber ich weiß nicht mehr, was hier noch so alles kam. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber die Villa war übelst geil. Die... Muss man wirklich sagen, die Villa im letzten Stream, die war richtig geil. Ich geh einfach weiter den Steinweg. Denk mir hier nix bei. Ich hab's gleich geschafft, Freunde. Die Villa und die besondere... Ja, Mann, die Po-Camp, Alter. Der ist voll eklig. Das sah aber auch abartig aus, Alter. Ich kann den Stream auf dem Handy nicht schauen, wegen der dummen Werbung, die nicht abgespielt wird. Was? Okay, das ist merkwürdig. Das ist wirklich merkwürdig. So, Freunde. Was passiert jetzt? Der nächste Part wird jetzt wohl freigeschalten. Oh, Mann. Oh Gott, ey, was ist denn das da? Oh Gott, ich glaube, jetzt kann ich mit dem... Ah ja, da unten hier, der Chief Officer, der steht bereit. Hey, Mädchen, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Entschuldigung. Die Soundprobleme schon wieder, jetzt ist die Sequenz... Als ob! Er schlägt mich einfach kaputt. Jetzt war für die Sequenz das Haun wieder verschoben. Können ja nicht sprechen. Hallo? Könntest du da einfach ins Boot? Was? Ich bin auch eine Waffe. Habe ich eine Waffe? Ich habe keine Waffe. Ich habe mir eine Waffe. Da kommt doch gleich irgendwie so ein Typ ohne Arm oder so. Wie war denn das? Wie war denn das nochmal? Wie war denn das nochmal? Ich wüsste ja nicht mehr. Oh, Alter! Konka? Oh Halt's auf! Scheiße, Mann, ich will hier raus! Alter, was ist denn hier los, Leute? Dann wird der Typ rein so... Die haben mich schnappt. Guckt's dir schon. Das ist die Sturmlandung an der Normandie mit ihnen. So, Silke sagt auch ein cooles Spiel, sehr nice. Also, ich bin gespannt. Was uns jetzt alles erwartet, Leute? Lass mich hier raus! Ja, Alter! Wer sind überhaupt die Feinde? Ja! Ohohohohoho! Alter! Okay, das war, ähm... Fies. Ich brauch mehr Energie, Alter. Oh, shit. Ich bin schon wieder down. Much better. I won't be spilling my milk. Ist ja gut. Ist ja gut. Jetzt kommt bestimmt nochmal die Filmsequenz. Das war aus dem... Au. Das war aus dem Film der Soldat. Okay. Man, wir sind die Schweine, Mann. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Also hier ist schon mal richtig. Ich hoffe, wir können sie in den Bogen rannt. Okay, diese Sequenz, genau. Wie die aussehen. Hä? Muss ich... muss ich fahr'n? Okay, cool. Jetzt bin ich schlau'er. Alter, bfff. Alter, das ist doch okay. Schnell, Kocka, schnell. Oh Gott. Oh nein, hier ist jemand Totes. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Hier muss ich lang. Ah, ja, ich hab's fast geschafft. Okay. Das lief doch schon ganz gut. Kommt zu Gomb, dass der Doc diese Teddys erfunden hat? Das ist schon brutal, Alter. Wie ist der Sound? Von der Lautstärke alles noch? Let's go, 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 go. Oh mein Gott. Let's go, 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 go. Get off that thing! Oh, gut. Oh Mann, warum ist denn der Sound schon wieder? Warum immer in den Filmsequenzen? Das ist echt ein Problem, was an Conker liegt. Das liegt nicht an der Elgato, weil wir haben ja jetzt seit einer gefühlten Ewigkeit keine Elgato-Probleme mehr gehabt. Alles klar! Teddys mit Z. Ja, was hast du gesagt? Mann, ey! Ja, ich muss, ich muss es tun. Aber ich bin nicht bereit. Ja, ich glaube, du sollst press B jetzt. Press B! Okay, Moldia. Geh es raus. Wo hat er die Zigarre her? Oh Gott, da kommen sie! Wie sehen die denn aus? What the fuck? Woaah! Alter! Ja, mein Freund, den tötet! Den könnte ich zwar nicht, aber er ist mein Freund gewesen, Mann! Ah! Geh weg, geh weg, geh weg! Ey, Broshoki! Ey, die sind voll brutal aus, Mann! Die haben so ein richtig krasses Face irgendwie. So, gibt es hier noch welche? Hier nicht. Hier auch nicht. Alter, Leute, ey! Seit wann hat er uns die Gouten Helm? Ah, der Helm, der war schon da. Jetzt ist M.S.L. mitten beim Typen, der Jiminy das Stück aufgegangen hat. Was? Meinst du bei Lupin? Ah, guck mal, ich krieg bestimmt... Bam! Ah! Oh, shit! Oh, shit! Oh! Oh! Stürb, du Teddy! Wo hat er denn die Zigarre her, Mann? Hi, Lugelking, guten Abend! Alles klar, Silke. Es hat mich gefreut, dass du kurz reingeschaut hast. Ich hoffe, du hattest zumindest für den Zeitpunkt viel Spaß. Und ich wünsche dir gute Nacht. Schlaf, schön, träumen, was toll ist. Hab eine erholsame Nacht für morgen früh. Du musst ja wieder früh zur Arbeit und hab einen schönen Arbeitstag, ja? Mann hört sich, sieht sich, schreibt sich, sieht sich vor allem, ne? Mach's gut, Silke, bis bald. Und Wanni, du hast die Belohnung bekommen. Ähm, wenn, wenn du das, wenn du die Kiste noch erhalten hast, also wenn der Kampf an sich vorbei war, dann hast du die Belohnung bekommen. So, wo sind die Teddys? Oh Gott, Teddys! Teddys! Vor allem, äh, äh, äh! Oh, fuck. Ah, Strom! Okay, war doch nicht so richtig. Jetzt welche Ruh'n nochmal für Jim und mir? Welche? Ah! Hi, hi, Silvan, na, schönen guten Abend. Oh Gott! Teddy! Ah! Die Musik war Oh mein Gott Schöner Vielen, vielen Dank für deinen viermonatigen Sub Ah Vielen, vielen Dank für deinen viermonatigen Sub Freut mich sehr, dass du mich treu supportest Immer noch, vielen, vielen Dank Und vor allem, dass ich dir dein Twitch Prime Sub wert bin Dankeschön, mein Lieber Und natürlich wünsche ich dir ganz viel Spaß bei Conker Heute wird's wieder crazy hier bei Conker Deswegen habt einen schönen Abend mit uns Und auch zukünftig natürlich ganz, ganz viel Spaß Vielen, vielen Dank für den Support Alter, wie er abgeht Au Okay, aber jetzt komme ich durch Geil Blecky, schaust du auf die WM? Ne Äh Wahrscheinlich gar nicht Vielleicht mal irgendwie mit Freunden am Abend treffen und den anmachen Aber normal, ich bin null zu, also ich bin wirklich null Fußballfan Kann mir sowas einfach nicht angucken Und selbst wenn WM war Dann haben wir, dann habe ich das eher genutzt, um Freunde zu treffen Weil wir haben uns dann immer bei Freunden getroffen Ich habe trotzdem irgendwie nicht zum Fußball geschaut Äh, wir haben dann halt einfach zusammen gezockt Während so drei, vier von uns dann Fußball geschaut haben Und der Rest hat dann über drei Der ist zusammengezockt oder so Also WM hat mich leider noch nie so wirklich interessiert Oder allgemein halt Fußball nicht, ne Er ist voll geil hier Voll der geile Spiel Oh Oh Gott, oh Gott, oh Pass mal auf hier Voll der geile Part im Spiel, irgendwie Was passiert jetzt so? Was passiert jetzt so? Oh Leute, nein Oh nein Oh nein Verwicht sich das Ding jetzt nochmal? Oh nein Ich kann nicht mehr als das Hahahaha Oh Gott, oh Gott, oh Gott Als ob jetzt Hädis einfach da Oh, ey, ey Als ob die da einfach durchhören können Haben wir uns da die Veli gekauft Sehr schön, Kilian Eines der besten Spiele weit und breit Du wirst viel Spaß damit haben Und den wünsche ich dir auch damit Oh, ey, was ist denn das da? Ja, na klar Alter 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 Hallo Lisa Schönen guten Abend Schön, dass du nochmal hier bist Bevor du schlafen gehst Das war es schon Was ist denn das? Was ist denn das denn das? Ja, ich bin nicht ziemlich Bist du eigentlich Ja, ich bin nicht Alter, als ob die Zwiler einfach hinter erpasst haben. Ja, na... Aua. Aaaaah! Das sind halt Teddys, die werden gekuschelt haben. Einfach so hinter der Kiste, wahr? Ja, ja. Alter, ey. Versuchen wir da ordentlich durchzukommen. Oh Gott. Oh, was? Oh, das ist ein bisschen anders. Oh, was? 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 I mean, what if you were to give this game to, say, twenty intelligent people? I mean, what would that do? Let's face it, what would it do? Oh, really? Oh, it's interesting. What the f*** is that bloody squirrel? Quick, hit the character. Hit it! Hit it! Hit it! Hit the ceiling, I saw it. Was zur Hölle? It's a bloody squirrel. F***i mal, ey. F***i mal, ey. F***i mal, ey. Alter, ey. Oh Gott. Ja. Die Musik, Alter. Alter, verdammt. Er macht voll Damage, Mann. Wo ist er? Ah. Alter, ey. Ja, ist down. Alter, du, 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 du. Voll die Psycho-Mucke, Alter. So, ich seh dir riesig. Ist das willkommen? Sitze diesmal im Bett mit Spaghetti-Carola. Oh, geil. Nicht in der Badewanne mit Spaghetti? Oh Mann, wie gern würde ich jetzt noch was essen? Aber ich hab heute zweimal eine, eine angenehme Mahlzeit gegessen. Beides waren lecker Nudeln. Und, naja. Naja. So. Aber er ist ja mal richtig abartig. Ey, Niklas ist auch da. Schönen guten Abend, ne? Freut mich, dass ihr einschaltet, Risi und Niklas. Wir sind ja gerade im übelsten, krassen Mega-Part von dem Spiel, Alter. Ihr geht halt in sein Auge rein? Iiiiih. In sein Po? Der Teddy, Alter. Na, wenn ich die Scheiße in meinem Po kriegen würde, dann hätte ich aber auch keinen Bock, Alter. Die Scheiße in meinem Po. Ich bin glücklich, dich zu sehen. Können Sie mich aus hierher kommen? Ich glaube, es ist die Scheiße. Aber ich bin glücklich. Ich glaube, das andere ist, du sagst, die Nacht. Na klar. Na klar. Ja. Um, nur bleiben da. Die Kavala hat es geschafft. Ha. Sorry, du kamst. Ich sage jetzt. Um. Du kennst, was es ist? Ja, ja. Es ist geschrieben. Ja. Eini, meini, meini. Okay. Äh, das ist aber schon gescriptet, dass egal welchen Schalter man schaltet, dass der gekillt wird Es tut mir leid Ist ja voll wie bei Saw, Alter Es tut mir leid Scheiße Ich Zeige Ich bin ein going Ich glaube, es ist der da drüben. Alter, was? Ihr lebt noch? Oh, je. Ja, man konnte ihn gar nicht retten. Aber, Alter, iiii. Vor allem, Alter, wie sehe ich aus? Und sein Auge kommt voll raus, Alter. Wie sehe ich aus? Alter. Oh Gott, Leute. Ich bin gar nicht tot. Wie sehe ich aus? Sieht klasse aus. Oh, Leute, ey. Und dass das alles so lustige Plüschtiere sind, macht das nicht besser. So, lass uns rausgehen hier. Schnell raus, Alter. Sup, guys. Hey, Dori. Schön, dich zu sehen, ne? Schön, dass du da bist. Wir haben hier gerade richtig Action. Hm. Ich ahne ja fast Schreckliches. Wow. Was soll ich denn machen? Na schnell, aber auf da Einuhr ist auch da, wunderschönen guten Abend Einuhr, freut mich, dass du da bist Hab das Gefühl, ich komme genau zum richtigen Zeitpunkt Oh, du hast schon ziemlich krasse Sachen leider verpasst, aber es bleibt, glaube ich, genauso krass Oh Gott Ihr Schweine Nein Oh Scheiße, ich bin ja tot Das Spiel ist geil, definitiv Was, die kommen auch von links Meine Waffe ist alle, oh Gott, ich muss hier drauf Scheiße, schnell Conker, schnell Oh Gott, oh Gott, oh Gott Soviel zur Heilung, Alter Die Und tschüss, Mann Los, schnell heilen, schnell heilen Conker, go, go, go Das ist wichtig Oh, es geht noch weiter Oh, oh Gott Es ist toll, ich raus Ich bin froh, dass ich ein paar Sachen verpasst habe Aua Wie lange geht denn das hier? Ich glaube, jetzt kann ich durch die Tür durch Ja, jetzt kann ich durch Genau, wenn ich mich frage, wie lange es geht, hört es auf Ich habe keine Munition mehr Was ist denn hier? Ach, hier werden diese Minenspinnen gebaut Ich bin schon gespannt, was jetzt hier kommt Jeder Teil ist hier echt voll crazy Das ist halt ein Wunsch noch Das ist voll Markus In Marcel's Display war es voll Markus Markus war zu Besuch und wollte dabei sein bei Conker In den Parts Und dann Ja, ey Markus, du bist ja voll du Voll cool Oh, er weiß doch wie ich heiße Der Naga? Hä? Oh, nein, nicht zu gut bei dem Moment Sie wollten mich zu töten Oh, naja, was das jetzt Hey, ich sehe, dass dein Ausflug ist ein bisschen anders als die usualen Regulation A-Tire Was ist das? Oh, ja Es ist ein Experiment Nummer G7224 Ich bin der erste, dass es mit dem Es ist ein Indestructible Uh, titanium Laminate Right So, was das bedeutet? Oh, um Es bedeutet, wenn jemand mich schützt, ich nicht sterbe Really? Das ist eine ziemlich gute Idee Ich werde mir ein paar davon Das ist der einzige Es ist sehr schade Anyway Steig hinter mir Und du bist okay Ich kann deine Operation Squirrel Shield Was sagst du? Sounds gut für mich Right Which way? All right Uh, eeny, meeny, miny, moe Right Right Let's go Eeny, meeny, miny, moe Und weiter Let's go Oh, nein Oh Gott Na geh mal, kann ich dich schieben? Nee Hi Paddels Schönen guten Abend Na? Markus, wo bist du Markus? Markus? Hä? Was machst du denn hier? Los Hallo? Hallo? Keep it steady Ahhhh Ja komm Alter 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 Markus Komm doch mal Ich brauch deine Hilfe Ich brauch deine Hilfe Vor allem die Typen die explodieren voll in Blut Alter Da muss ja irgendwas drin stecken Kommst du irgendwie? Hallo? Wo? Du musst halt echt immer gucken, dass der Typ da ist Im Original warst du so gut wie down, wenn Granaten oder die Spinnen dich erwischt haben mit passenden Animationen Oh, okay Oh, okay Ohhhh Da muss echt irgendwas lebende drin sein, was dann voll zersplasht Ey, diese Sounds aber auch Diese Sounds Ich geh nach der Tür Ich geh nach der Tür Du gehst auf der Tür Du gehst auf der Tür Und ich will dich dort Wir gehen auf dem Weg Wir gehen auf dem Weg Was immer du hast Okay Ich seh' in ein bisschen Okay, er wartet hier Brauch ich nicht deine Hilfe? Ich soll die Tür aufschießen Warte mal Wie soll ich denn die Tür aufschießen? Ah, guck mal da sind... Ah, okay Hohoho Teddy, mach mal halblang hier Ist ein bisschen langsam für Teddy's abballern Ah, tot Kacke ey Da muss ich mal gucken Vielleicht ist das ja auch immer ein Teil von Markus Was meinst du? Immer ein Teil von Markus? Jetzt muss ich aber erstmal gucken Wie ich das am besten mache Oder ich mach ganz ganz schnell und schieß die Tür auf Ohne die Teddys abzuballern Weil die kriegen mich nicht so schnell tot glaube ich Wie ich die Tür aufschießen kann Warte mal Achso, du meinst bei dem Slash und das sind Teile von Markus Dann... Neeeee Das wäre ja armartig Yeah Du meinst du hast Du meinst du hast Das ist meinst du hast Ja, aber irgendwie macht das gerade übel Spaß man. Das ist so ein richtig geiler Teil. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe übrigens bei Monster Super League auch gleich die 30 Teile voll für Lupin Kämpfer. Da müsste ich auch Licht und Dunkel beschwören können. Oder kann ich hier schon nichts beschwören? Ich weiß es ja nicht. Markus, wir können rein, oder? Markus, komm. Was kommt jetzt, Leute? Oh Gott. Radioaktiv? Oh nein. So ein Waffennah, Alter. Das ist ja geil. Er ist so gut drauf, der Kleine, ey. Aber diese radioaktive Zeug, das macht mich ein bisschen ängstlich. Wer weiß, was hier noch auf uns wartet, Freunde. Lass uns da rennen, Mann. Swoop. Pfff. Okay. Alter. Ah. Wow. Ist klar. Ey, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh. 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 Geh, Alter. Beih. Pfff. War ja voll reingesblettert. Ok. Das war ein Fail. Jetzt müsste das Tor draußen aufgehen, wa? Oh nein. Konka! Oh, hoffentlich hat das die Tür auf der Außenkarte geöffnet, aber was auch gemacht wird. Ich denke, es ist einer dieser Liedslegte-Momenten. Komm da rein in die Pumpe, ich habe keinen Scham bekommen. Komm rein und irgendwas explodiert. Hey Fiona, na, schön dich zu sehen. Oh Gott, die Steuerung, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die ist ja ernsthaft crazy, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Oh Gott, okay. Hallo, Tales of GIFEN und hi Kawasee. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Okay, irgendwie ist das hier gerade doof. Ich bin gesprungen Ich bin gesprungen Oh Gott Ich bin gar nicht da, Mann Das kann wohl nicht richtig sein Das kann wohl nicht richtig sein Aber ich kann da wohl nicht treffen Ist doch voll dumm Man schießt immer komplett durch Immer Was kann man denn hier machen Die Dinger lassen sich aber auch nicht senken Ist vielleicht irgendwas, was man abschießen kann Irgendein Schalter oder sowas Na gut, dann machen wir das mal anders Das große Teil schießt jetzt nicht um mich Wie können die denn aus der Erde rauskommen Das war meine Befürchtung Ah, nein, man kann ja nirgendwo sicher gehen Hä, ist das dumm Ich geh mal schnell auf den Klo, Leute Bin gleich wieder da Du 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Semi. Hätt' er klappen können. Hätt' er klappen können. Gut. Doof, 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 doof. Du 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 Ich bin ein bisschen müde. Ich muss richtig schlafen gehen. Schlafi, schlafi. Gibt es hier irgendwas, was offensichtlich irgendwie die Dinger runterlässt? Nein. Jetzt ist das wieder zu. Gibt es jetzt irgendwas, was hier offensichtlich die Dinger runterlässt? Ich lese gerade, Dori will ein Stream vom Klo aus beim nächsten Mal. Okay. Hat man noch einen anderen Schuss? Oha. Ah, jetzt... Aha. Ist das fies, Alter. Okay, das klappt aber auch nicht. Machen wir, Dori. Für dich sowieso immer. Und Wani, meine Liebe, es schaust es schon gehen muss, aber es ist halt schon spät, ich weiß. Schlaf schon, was soll es und erhol dich gut, dass wir uns hoffentlich auch morgen wieder sehen können. Und ansonsten, ja, mach's gut. Bis morgen. Bis bald. Hier gibt es aber auch sonst nichts. Oder kann man doch hier ran schießen, irgendwie? Das sieht halt so aus, als ob der... Als ob dieses Stützbein ein bisschen angeschlagen ist, aber irgendwie ist es auch nicht so. Spiel, gib mir doch mal einen Tipp. Da muss man echt... Ah! Ey, ist nicht dein Ernst, du Spiel. Ich hab's erkannt. Ich hab es erkannt. Ich hab's erkannt. Mann! Mann! Das ist gut. Ich hab's erkannt, Freunde. Aber ist das scheiße oder wat, Alter? Das ist ja mal richtig scheiße. Und hier ist ein B, Alter. Ist klar. Und da triffst du dich mal. Ey, ist das scheiße, Mann. Das ist schon irgendwo voll doof. Oh Gott, ey. Hehehehe. Hehehehe. Let's stay by you. Wer ist denn why you? Deshalb bin ich mit dir jetzt eingeschlafen am Handy. No, Riesi. Du bist ja süß. Also, ich freu mich, wenn du mit mir am Handy einschläfst. Es ist schön, wenn ich Leute heute in den Schlaf wiegen kann. Weil ich so langweilig bin. Das ist Spaß. Ah, ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wie knapp war das denn, Alter? No! Wie gemein! Alles klar, Marcel. Dann schlafst du schon drum, was sollst du, ja? Ruhe dich schön aus. Lörg noch ein bisschen. Da bist du morgen. Bis morgen. Mach's gut. Na, ihr Furries. Hallo, Artin. Hallo, Artin. Schönen guten Abend, Artin. Und hallo, Verena. Guten Abend. Guten Abend, ihr zwei. Warte mal, Verena und Eddie kommen gleichzeitig? Wo wart ihr denn, dass die Zeit gleich hier im Stream erscheint? Das raste ich ja mal aus, Mann. Das geht dir nicht so an. Hier ist der Artin. Artin TV. Artin. Hey, Jenny. Schönen guten Abend. Ich bin doch gerade gesprungen, Mann. Ich bin gesprungen. Okay, es ist so ein bisschen Selbstmord, wenn man hier reinspringt, Alter. Mann. Ist der jemand? Mir war so, dass man den Turm doch irgendwie zerstören konnte, aber vielleicht war es nur im Original. Ich weiß nicht, die Beine vom Turm, die sehen halt so grüchig aus, aber irgendwie klappt das nicht. Das ist voll doof. Naja. Warum läuft ihr so kacke? Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Das glaube ich dir. Kacke, du Lurkerin. Ich lücke schon seit Anfang an. Ah, das ist doch schön, Jenny. Da freut mich. Da freut mich immer, wenn ich höre, dass du die ganze Zeit dabei warst. Dass du die ganze Zeit bei mir warst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hier ist wirklich eine fiese Stelle. Alter. Und jetzt? Und jetzt kann ich schießen, oder was? Ach, Leute. Man kann den doch kaputt schießen. Aber ich habe doch immer drauf geschossen. Ich habe doch auch extra die gelben Dinger angeschossen. Und da musste man wirklich zwingend beim letzten anfangen. Der Wies. Und da können wir jetzt einfach rinnen, oder was? Das ist so dumm. Also, man ist einfach rinnen, äh? Wo geht es denn jetzt denn, Freunde, Alter? Scheiße, ey. Oh, well. Und für eine Pfanne, und für eine Pfanne, ich glaube. Was ist das denn? Voll so eine crazy Unterwasser-Höhle. Bosskampf. Definitiv. Das hier ist ja mal sowas von Bosskampf, Alter. Ich glaube, ich gehe erstmal mich heilen. Wovor irgendwas passiert. Da ist doch irgendwas. Was ist denn das da? Da ist irgendwas. Wo ist das U-Boot von den Teddys? Wo sind die? Die sind doch gerade hier irgendwo aufgetaucht. Man sieht die Teddys nicht. Ich habe Hunger, als ob man was essen soll. Ich habe auch Hunger, du. Es ist ein Trapp. Als ob da so ein Geldkind in so einem Loch sitzt. Was ist das? Hallo, es ist ein kleines Squirrel. Hallo, hilf mir. Bitte. Oh, die kleine Frau. Es ist gefährlich, meine kleine Frau. Ich glaube, ich will nicht hier sein. Oh, wie ist das hier? Um, wie haben Sie gekommen, um mich zu retten? Was ist das? Das ist das, um, Inverse Phase Sonar. Sehr effizient mit, um... Oh, wie weiß ich das? Um, Schule? Ich habe nie gelernt, Dinge wie das in Schule. Insofern, was ist es? Es fiert ein Missile, ich glaube. Ein Teddy Funken U-47 Intercontinental Ballistik Missile. Ein Missile? Ja, wie das. Ein bisschen. Ich rette dich, Kleine. Ich rette dich. Wie rette ich sie denn? Wie rettet man sie denn? Erst mal abballern Ja, kleines, wie retten wir dich denn? Haben wir hier eine B-Taste jetzt? Wie rette ich sie? Auf Blacky-Art. Guten Abend, Pascal. Hi! Schön, dass du einschaltest. Ja, aber ganz ehrlich, habe ich hier irgendeinen Schalter verpasst? Pfff, das olle U-Boot, alter. Ich glaube, da habe ich was leuchten gesehen, da oben. Oder nicht? Ah doch, guck mal hier. Aua. Mann, du Assi! Ah, mein Ohr. Das ganze Richte ist etwas frischig hier. Ohr. Ja! Okay. Ich würde auch alles live mit erleben. Also Sonntag Benjo-Tui oder wie? Ne, wahrscheinlich nicht. Benjo-Tui wird wahrscheinlich nichts, weil Marcel hätte nur Freitagzeit. Freitag habe ich aber dieses Geschäftsessen am Abend. Und Sonntag hat Marcel keine Zeit. Ich habe es mir eine Zeit lang ein bisschen angezockt. Aber ich habe halt keine Zeit für Fortnite. Ich glaube, ich muss erstmal an jeder Stelle genug U-Boote zerstören. So wirkt das jetzt auf mich. Okay, die Woche ist echt für den Arsch. Naja, Benjo-Tui, früher oder später wird es ja kommen. Okay, jetzt kann ich weiter. Das ist aber auch suspekt. Da muss man erstmal drauf kommen. Dass man hier erstmal mehrere abschießen muss. Aua! Ich habe gedacht, die schießen auf das B. Ja! Ja! Aua! Oh, 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 oh. Seht da eh, rastet mal aus. Okay. Oh, Freunde ey. Jetzt kommt Stell Nummer 3. Nein! Oh Gott. Oh. Oh. Na klar wird schon Verena. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Attacke. Buh. 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 nachgesprochen das gleiche kill ja ja das war ein Glück richtig jetzt um die Ranschung zu retten äh, zu retten die kleine Frau zu retten die kleine Frau warum warum einfach noch mal schön nachheilen so, aber das Mädchen ist doch offensichtlich nicht offensichtlich nicht die Falle deswegen heile ich mich noch mal kurz bevor es dafür zu spät ist squash the little girl play with knives so, let's go Freunde let's go oh, I'm so so happy I'm going to see my mommy and daddy again yeah, 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 okay come out let's try and get you out of here Markus 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 hr nasi wush cl above he oh ha Schnell weg, Kunker! Ja, ich habe keine kleine Frau, seit einigen Zeitpunkt. Ja, Herr Skrull. Ich bin die Räume und die Augen, und er ist die Bronze. Ist ja klasse! Markus, Hilfe! Moment mal, wo ist Markus? Markus, wo bist du? Ach da! Ja! Ja, jetzt geht's los, Freunde! Jetzt, lesson 1, Ballistik. Das ist meine Minigun. Es fiert 8000 Rounds per Sekunde, Rattacke 8 Millimeter mit Tungsten Alloy Heads und High Explosive Charme. Sehr, sehr Metis. Oh Gott, Gott, Gott! Aaaaaaaaaaaaaaaaaah! Oh Gott, ey! Hohoaaaah! Oh, die Musik ist krass, episch! Oh, ja, fu- Oh, no, no, let's keep Michael Let's keep Michael Oh, gott, gott, gott Ah, so this is very special, high energy inverted magneto laser with a six pronged attack Okay Oh, Jess Oh, ich dachte, ich dachte, ah, die Steuerung, Alter Pff, nein Ah, oh, Gott Ah, der Incent tot Ist klar Okay, okay Der Laser killt dich, Incent Gut zu wissen Und die Kleine ist besessen Nicht nur das, du Oh Hallo Kleine, ich bin hier, um dich zu retten Markus, schnell Kann ich ihm schon Okay, das ging ganz fix Oh, Gott, 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 Gott Oh, Gott, Gott, Gott Ja Sehr gut Ja Und in den Po Genau, bleib ruhig, du, Alter Fell gesteuert Und in den Po Wieso treffe ich denn nicht? Wieso treffe ich denn nicht? Er ist voll dumm Ich weiß, wie teile ich ihn noch aus der Borderlandsreihe Klein, aber tödlich Jetzt auch Man muss wirklich ganz, ganz komisch treffen Ja Ich bin mal gespannt, Alter Oh, Gott Konker Oh, Gott Mein Panzer Wo ist Markus? Ah, es ist Roden Oh, Gott Oh, Gott Oh, Gott Er hat es nicht gemacht Er hat Er war ein großartiges Markus! Oh ne! Wo hast du den Schalter an den Knopf her? Was ist das? A little red button. Guck up da herr! Oh, und was ist das? A prekounter. I wonder was going to happen now. Self destruct. Oh! Give me strength! Man, oh Markus ist tot! Oh Gott! Ob wir auf Teddys kommen? Au, au, au! Mann, oh! Ich bin gemein. Ich kam so gut durch. Und Rainer! Oh, Kamera! Oh Gott! Jetzt habe ich aber gerade echt kurz Angst gehabt. Oh Gott! Bei jeder ultrakleinen Stick-Bewegung fängt er halt direkt an Shit zu machen. Oh Gott! Ah! Tettys! Oh Gott! Oh Gott! Hey, Fyrian! Schönen guten Abend! Ich wollte nochmal Moin sagen, kann heute aber nicht zuschauen. Oh, schade! Ausgerechnet bei Conker. Das ist wirklich schade, Fyrian, aber schön, dass du nochmal Hallo sagst. Wir haben noch einen entspannten Abend und schlafen später schön, ja? Es war so klar, dass hier nochmal Tallys kommen. Höh! Ich hab... Wo hab ich auch immer die Raketen? Er war ja... Hoho! Geil! Was war das? Ach der Typ da... Oh... Ich freu das Spiel so mal... What the fuck, das ist so... Das ist so strange! Ist halt echt mega geil, ne? Alles so sau random irgendwo... Das ist so... Ach... Doch... Oh Gott! Das ist so... Es ist halt, ob die mich instant treffen, man muss wirklich jeden Teddy killen. Sonst hast du keine Chance, dass du ja mal richtig feierst. Okay. Du musst ganz genau gucken, wo die gerade sind. Ah! What? Alter! Das ist ja mal voll abartig, wie die dich zuspammen. Das ist richtig abartig, wie die dich zuspammen. Oh man. Okay. 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 Und dann... Nee, also immer wenn ich versuche, da durchzurennen, dann haben die mich ja auch immer abgeballert, weil die gefühlt, ja, hundertprozentig hier Aim haben. Ich bin erstmal weg, hab gerade wieder einen Schmerzschub. Spaß mit dir, Süß. Alles klar, gute Besserung, Tom, ja. Gute Besserung. Und falls man sich noch mal nie wieder sieht, bis später. Ansonsten hab noch einen entspannten Abend, ja, einen möglichst entspannten Abend. Alter, wie die... Ey, das geht doch gar nicht. So wie die treffen. Das ist verdammt... Abartig. Okay, das geht schon mal nicht. Ich kann machen, was ich will. Irgendwie treffen die mich immer. Da, Alter. Ich springe und er kann nicht schwupp, 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 schwupp. Alter. Nee, man muss sie töten, so wie es aussieht. Oh. Die spawnen halt auch so ganz komisch. Und wo kommt der... Alter. Wie die mich zuspammen. Ich hab's schafft, ja. Ich hab's schafft, ja. Wait, wait for me. Wait for me. Where are you going? What? Hey, guys. Hold her. There's another one. Oh, my giddy on. Sniper. Get out of here now. Come on. Let's go, let's go. We gotta get our asses out of here, Prado. Let's move it. Alter, das Meer ist schon voller Blut, Alter. Oh, you're weak. Go over here, boy. Come on look at this. Yeah. Worth a terrible thing, you know. You're right there. All these fine young men sent off to do the dying. For those pigwigs, those pen pushers, those guys who never, ever see a single bullet whizz past their heads. We want to get them down here. Those so-called generals in their big fancy houses, 20 miles behind enemy lines. Who are they to tell us? Who are they indeed? Look at that. What a sight. Yes, it is. Yes, it is. The horror. The horror. Marcos. So I got knocked out for a second. Uh-oh. Yeah. Now I remember. Countdown. Oh, shit. Markus ist da, hey! Ja, er hat es geschafft! Ja, wo ist denn Markus? Ist Markus jetzt hier auf Klo? Oder hier? Haben wir es geschafft? Sind wir fertig? Ich glaube, ich kann hier einfach raus, oder? Kann das sein, dass ich hier einfach raus kann? Ich gehe einfach mal raus! Oh, guten Hunger, Verena! Ich überlege gerade, wo ich jetzt überall... Also, es ist aber immer schon Nacht. Wir haben ganz schön Zeit verloren. Oh Gott! Das leidet mir schon den Weg. Okay! Oh, nein! Wo ging der Windmüll? Und ich war sicher, das war das letzte Level. Oh, wohl. Obviamente nicht. Ich habe mich wohl irrt. Oh, Rodan! Rodan! Hey, gut zu sehen! Rodan ist hier drin geflogen! Was ist passiert? Oh! 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 Was ist passiert? Ich bin nicht wirklich sicher. Aber, ähm... Die Krieg scheint zu Ende zu sein. Ihr könnt euch weitergehen. Geben meine Güter zu den Leuten. Ja, ich werde. Catch you later? Catch you later. Du kannst mir ein Palt. Okay. Ich bin Conker. Kann ich einfach sagen? Ja. Es handelt auf was ist. Es war ein echtes Privileg. Arbeit mit dir. Ich würde sagen... Aber wenn ich ever... muss ich an Operation machen, ich hoffe, dass es mit dir ist. Es ist sehr schön von dir zu sagen. Nein. Danke, Sir. Ja. Danke, Soldat. Um... Dismiss. Was ein großartiger Mann. Idiot. Hahahaha. Ja, geil. Schönen guten Abend, Mandy. Schön, dich zu sehen. Und weil... Weil die GTA machen. Alles klar. Dann... Schlaf schön und träum was zu Hause. Ja, ruhe dich gut aus, mein Lieber. Und bis zum nächsten Mal. So, Leute. Aber was ist denn jetzt in der Windmühle drin, Alter? Was ist denn jetzt hier in der Windmühle? Ich meine, die war ja schon immer da. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass unter der Windmühle irgendwas ist. Ich weiß was, ich muss mir mal kurz Socken anziehen. Ich bin die ganze Zeit barfuß. Das ist so kalt. An meinen Füßen. Das ist so kalt. Aber wo meine Sauen? Scheiße. Achso, hier. Das ist so kalt. Spiele man. Schlaf. Spiele man. Hey, ich würde gerne nach Hause kommen. Vielen Dank. Ich dachte, ich habe schon alles gesehen. Hä, warte mal. Achso, ich bin jetzt auf der... Ich habe gedacht, die Brücke wird vielleicht repariert oder so. Nicht er schon wieder. Aber sie ist hier. Auf jeden Fall, wir haben ein kleines Job für dich. Oh, nicht ein anderes. Schau, kann ich einfach nach Hause gehen, bitte? Ich habe gesagt, wir haben ein kleines Job. Geh es oder leih es. Okay, ich nehme es. Ich denke, diese Pounds sind so unkomfortabel. Oh, ich habe dich kennenzulernen hier. Oh, Barry. Du bist großartig. Wirklich? Ich dachte, du sagst, du kennst diesen Mann nicht. Oh, ja, ich weiß ihn. Er ist, wie mein Freund. Ja, das stimmt. Ich bin ihr Freund. Ich brauche etwas hier? Wenn du zwei kleine Lovebirds endest mit deinem Reunion-Tay-Tay-Tay-Shit, vielleicht können wir mit dem Job anhand gehen, bitte? Okay, okay. Was willst du uns machen? Okay. Okay. Since you're a little escapades with those cavemen, kind of put me out of business. Now I need to replenish my funds. Here we have it. Pro Nerzbank. Okay. But I'll do it on one condition only. What? That I get an outfit that's as cool as hers. Seven şurada. The deal. Yeah. Haha. Geil, ey. Gute Abend klatsch. Na? Ja. Nice. Lass mal rein gehen da in die Bank. Los komm Barry. Ich bin mal gespannt, Alter. Ich hab eigentlich gedacht, hier wo der König. Wie er aussieht Das war so Ja, geil, Mann. Ja! Boah, 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 ist ja geil, Alter. Bum, 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 bum. Ist ja der Hammer. Attacke! Geil, Mann. Alter, voll Matrix-Moke. Ist da noch irgendwo jemand? Nö. Da kommt ja noch jemand. Yo, Typ Bum, 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 bum. Und Bum, 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 bum. Ich bin mal lieblich schnell im Spiel. Voll übertrieben, Mann. Oh, Barry, Alter. Warum, Nils, zeigt dir Sinn aus meinem alltäglichen Leben? Ja, ich dachte mir, wir müssen den Leuten mal zeigen, was du so kannst und was du so drauf hast. Let's go! Wo sind die Nächsten? Man muss halt echt so machen, wenn man sonst viel zu viel Schaden durch die Typen kriegt. Hallo, Mini. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Wo ist denn noch jemand? Hallo? Wo ist denn noch jemand? Na klar. Ohohohohohohohoho. Oh man, ey Leute, ey was ist hier los, man? Ist das geil, verdammt! Lebt noch jemand? Ey, ist echt zu geil, man. Zu geil, ey. Jetzt haben wir es aber langsam, oder? Oh, na klar. Einfach so. Ist das scheiße, Leute. Ich habe nur aus dem Aufregel gesehen, dass ich geadet wurde. Aber dann ist mein Dursatz geschmelt. Wollen wir? Nicht abschmeln, Duri, wir brauchen dich. Ey, ist ja mal so geil, Alter. Ach, schön, ey. Ah, ist kaputt. Hm, gib mir einen Freude. Nicht Angst, es ist in der Hand, okay? Oha. Oha. Ich habe keine Waffe mehr dabei, ich habe nur die Baseball-Kolle. Ja, wie sie hier so einen Matrix-Sprung macht. Was kommt jetzt so? Was ist mit mir? Hey, was ist mit mir? Ja, hau doch nicht ab. Soll ich jetzt echt die ganze Knete einfangen, oder kann ich einfach so etwas hier machen? Ich muss halt echt die ganze Knete empfangen. Hey, 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 what about me? Hey, hey, what about me? Hey, come here. Oh, cool. Millie and I. I'm a millionaire, Barry. Hey, Barry. What are you looking at? Conker, honey. Oh! Hallo? Oh! Where's the squirrel? Oh, I think he means me. I don't recognize this guy. Unless he's the fabled panther king. But he was just in stories, like my mum used to tell me to get me to sleep. Looks like he was real after all. The furry panther king. Okay. Who are you calling a furry? No. No, as in like furry, as in ephemeral, like a fable, like a legend, you know, like doesn't... doesn't matter. No. No. Doesn't matter. Not anymore. Not for you. Weasel. Right here. You boss. You're bounty. Ah. Thank you very much. What are we gonna do with it? You will leave him... to me. So you're not gonna kill him? Not exactly. Step aside, Conker. I know how to deal with men like this. Hmm... Such... loyalty... Misplaced... Get rid of her. The easiest thing in the world. The easiest thing in the world. Sorry doll face. Business is business. Adios. Uh... Uh... What the... Hey, mind weiss, Barry? Mal's auf. Aber Barry, ihr kühlt. Das sah gerade so aus wie so ein Witz, aber Barry ist tot. Oh Gott, desto mehr wir diese Brühe in den Platz, desto mehr ich meine Milch bekomme. Es wird schwer. Ah, ja, das ist richtig, meine Liege. Es wird mir schwer. Oh, wirklich? Ja. Oh, ja, das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Was ist Trillel? Ich glaube, dass du mit mir kommt. Was ist hier passiert? Ich bin Herr Blunder. Was ist hier passiert? Oh, ja, hier kommt es. Ich bin nicht sicher, was hier passiert ist. Ich denke, es ist schade, dass du es machst. Das ist so gut, meine Liege. Ich bin kein Problem. 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 Der Professor hat ihn voll vergiftet, Mann. Was? Die Brutzeit. Alter, was? Als ob. Oh, no. Oh, yes. Come here. Such a beautiful animal. Even though he is about to annihilate you, Skrull. Zip your limb from limb. You cannot help but admire his beauty, his power, his poise. He is not a one of a creature, is he? You're right there? He's not. Just ignore him. Right. I'm f***ed if I'm gonna live in this world and in this castle. So out of date. I have something known as technology. Take us into orbit. Yeah. The king, that's maybe he's going to fight against the king or so? This is a power of liquid nitrogen mixed with oxygen, two parts petrol. Yeah. Never gonna get home now. Heinrich? Ha! He is Heinrich. Okay. Warning. 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 Airlock open. Air pressure compromised. Was ist mit Barry jetzt? Get away from her, you bitch! BERRY! Oh, sorry. Oh, gegen das Micro gedozt. Der Professor ist auch down. Ohohoh. Ah, ist ja voll... Jaaaa... Und jetzt... VERPISST! Voll gegen die Wand gebashed, alter. Das tut mir leid, ey, ich wollte dich nicht gegen die Wand bashen. Ich wollte dich eigentlich in die Luftschleuse bashen. So, warte, komm mal hier, mein kleiner. Gleich nochmal versuchen, Leute. Okay, es war so ein bisschen verzögert. Aber richtig YOLO. Hi Rockerrier, schönen guten Abend. Alter, boah, er ist hartnäckig. Heinrich, wirst du wohl... Aua! Alter Heinrich, Mann, Aua! Aua! Rippe down! Heinrich, wie konntest du mich töten? Heinrich! Dieser Heinrich! Heinrich! Alter Heinrich, Mann! Attacke! Aua! Wie direkt zweite Form? Ey, ist direkt die zweite Form, glaub ich. Aua, ey, ich komm... Au! Alter, was kann man machen? Muss ich hier wieder ran oder so? Ey, jetzt rast ich voll aus! Was? Hup! Al catastrophist! Throw the alien out, ist klar! Throw the alien... Warning, warning! Throw the alien out! Okay, Rakeria, aber Jetzt wird alles besser Jetzt wird alles besser Mann, fuck, wie habe ich das denn bekommen, dass ich ihn angreifen kann? Hä, wie, wieso? Hä, das ist voll dumm Die Robo schon sagt, Idiot, wo du gestorben bist Geil, muss ich mal drauf achten, habe ich gar nicht mitbekommen Mann, ey Das ist voll dumm Ey, Hans, was ist denn das? Ich habe das Gefühl, dass es reines Glück ist, ob ich ihn jetzt treffe oder nicht Was ist denn das denn, du dover Scheiß, ey, ey, Mann Bam, Alter, und jetzt komm her, hier Hör mal auf die Stimme, auf die Robo-Stimme Ah, er sagt es nicht Ey, Heinrich, langsam nervst du mich Ja, wir können vorher ausweichen, natürlich Throw the alien out You bloody dog Oh, nein Ja, jetzt habe ich aber So, mein Freund Du musst hier endlich weg Alles klar, Resi, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht Schlaf schon drum, was toll ist, ja Und bis zum nächsten Mal Hallo, Chris Die Töne vom Alien beim Treffer sind von Fulgur aus Kinderanzig Stimmt Scheiße, oh, doch geklappt Jetzt bleib doch mal draußen Mann Mann, ey Mann Da ist einfach der Sound weg Was war das denn gerade? Voll so ein Mega-Lag und Sound-Problems Gibt es hier irgendwo Energie oder so? Nö Mann, ey Ey, was ist das für ein nerviger Boss? Dann trifft man den gar nicht mehr Ich schmeiße mich auch ins Bett Nach den E-Mail-Leuten Chat nach Nils Nach die Dori Schlag den Träumen, was tolles Ja, schön, dass du da warst Hat mich wieder sehr gefreut Und hoffentlich sehen wir uns morgen wieder Mach's gut Das hier ist ja noch irgendwie ganz leicht Ja, aber Man konnte ihn halt irgendwie nicht treffen Weil er bei der dritten Phase Dann immer nur ausgleichen ist So Nummer 1 Ich muss nur herausfinden, wie ich ihn bei der dritten Phase dann angreifen kann Ja, Konka, jetzt mach doch mal ein bisschen schneller So, und Phase 3 Und jetzt wird's schwer, weil ich weiß nicht, was ich tun kann Ja, was kann man Ich meine, er weicht jetzt immer aus Ah, jetzt, 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 komm her Oh Gott, oh Gott Habe ich ihn, habe ich ihn jetzt Muss ich ihn nur noch schaffen, ihn richtig zu schmeißen Jetzt muss ich ihn nur noch richtig schmeißen Dann habe ich's Hallo Omega Star und Frappy Schön, dass ihr zwei noch einschaltet Guten Abend Bist du schon bei Feierboss? Fuck Mann, scheiße, Alter Au Ah, fuck, war ich zu schnell Bam, bam, nein, ah Mann, nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder sterben Oh, scheiße Attacke Oh Mann, ey Warum töpst er jetzt nicht mehr Au Nein, nein, ich hab's Ich hab mein Noe Oh, Leute, Alter Das ist richtig scheiße, Alter Man Schönen guten Abend auch an An Markus Hi, schön dich zu sehen, mein Lieber, na Und Hallöchen, Zelda-Fanboy Guten Abend euch Mann, ey, da hat ich's fast geschafft Voll geil mit dem Mario für 60 Brows weit Mist Morning, warning So, Nummer 1 Ja, da war ich zu schnell Scheiße Ich hab Montag bei euch einen Stern erobelt und 300 Euro Gutschein gewonnen Alter, krass Weißt du, ich hab mir ein iPad gekauft Und den Stift dazu in zwei Einkäufen Und ich hab leider nix davon bekommen Weil ich stell mir so Ich stell mir halt echt vor Ernst ehrlich, das wär so krass gewesen Wenn ich, äh, wenn ich diesen, dieses 340 Euro Tablet Oder den 100 Euro Stift Kostlos bekommen hätte, Alter Das wär so krass gewesen, Mann Aber Glückwunsch auf jeden Fall Richtig krass Mein Glückwunsch, dass du hier wonnen hast Ja, ja, ja Komm schon, jetzt Jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn, Freunde Aber krass, Alter Ich hab halt echt so'n Pech gehabt Aber schön, dass du jemanden trommert, den ich kenne Das Glück Das ist das Glück, jemanden trommert, den ich kenne Ja, jetzt hab ich ihn aber Sound weg Da kommt er wieder, warte Er war schon draußen Das ist der Ende Ich denke, es wird enden gleich so Nein, nein Nein, nein Hallo Was ist denn jetzt? Das ist ein Schade? Das Spiel ist geschlossen Ich glaube, ich kann es nicht glauben Was ist das? Das ist die Testung Die Polizei? Was zur Hölle? Ich weiß nicht. Hilf mir mit diesem Mann hier. Was denkst du? Hm, jetzt. Äh, weg von dem Hintergrund. Es ist wirklich schrecklich. Was ist das besser? Ähm. Waffen vielleicht? Wir sehen uns jetzt. Ja. Nein. Was ist das? Ja. Das kann man tun. Äh. Double action. Hm. Oh. Oh. Haha. Ihr Leute. Ja. Genau. Okay. Geh mich zurück zu, sagen wir, der Schraubung. Okay. Cool. Jetzt, Herr Alien. Wir sehen. Okay. Let's get into position. Steady. Check the shot. There we go. Right. On. My. Mark. Not a moment. Sooner. Three. Two. One. And. Action. Two. 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 Oh no. That's a bit volatile. Well, we'll clean that up later. One. Two. two. One. 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 Wenn es ein Konker ist, wie geht's, Mr. Squirrel? Du hast die Verletzungs-Panfer-Type-Klinge verletzt. Ja, wir haben ihn nicht auch nicht. In Wahrheit, es scheint, ein Gehirn zu haben. Es ist so richtig, das ist. Komm schon, Konker. Ich bin ein Gehirn über dich. Was? Nein, du verstehst du nicht. Ich will wirklich sein König. und nehme ich der und gut oder kein 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 Na klar, Magoon. Ach, deswegen guckt er so böse in der Infosikant. Oh nein! Just to celebrate with you on this wonderful momentous occasion. Then we're ladies. There we go. The king is dead. Long live the king. Yeah, long live the king. Long live the king. Long live the king. Will you stop to beat me? I'm not beating him. Long live the king. 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 Und da bin ich. Der König. Der König der ganzen Land. Und wer hätte das gedacht? Nicht ich. Ich glaube, du kennst dich, wer diese Leute sind jetzt. Weil ich sicher bin. Ich wollte sie nicht wissen. Und ja, ich könnte sein König. Ich habe alle die Geld in der Welt. Und all die Land. Und all diese Dinge. Aber du weißt, ich glaube nicht wirklich, dass ich es möchte. Ich möchte einfach nach Hause. Mit Barry. Und, ich weiß nicht, haben eine Bühne. Hm. Das wird nicht passieren. Das ist wahr, was sie sagen. Die Grasse ist immer kleiner. Und du wirst nicht wirklich wissen, was es ist, was du hast. Bis es weg ist. Wahrer Worte. Weg. Weg. Und hier sind alle, die mitgemacht haben. Mann, der arme Konker, ey. Das ist jetzt ganz alleine ohne seine Barry. Warum musst du die auch sterben? Aber ja, hier. Wie war das so? Die Kirschen im Nachbarsgarten sind immer süßer. Da dachte ich nur so an, Girls from my school, Girls from other school. Aber Leute, ey. Warum ist die Mucke hier so traurig? Ja. Also, das Projekt Konker ist beendet, Leute. Ich habe jetzt eigentlich... Chris ist auch da. Hi, Chris. Schönen guten Abend, Chris. Und hi, Akito Joker. Schön, dass ihr beide noch einschaltet. Hallo. Einschaltet. Einschaltet. Hallo. Das Spiel hat wirklich ein fieses, trauriges Ende. Auf jeden Fall. Aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht zu spielen, Leute. Ganz ehrlich, wenn ihr eine Xbox One habt, dann holt euch entweder die Rare Replay Collection, wo das Original von der NFN60 drauf ist, oder ladet euch für 10 Euro Conker Live & Reloaded runter. Was wesentlich besser ist. Also auch von Leuten, die das Original gespielt haben, habe ich halt gehört, dass viele Sachen einfach angenehmer gemacht wurden und nicht mehr so unfair sind. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dass ihr eine Xbox One habt, dann holt euch statt der Rare Replay Collection, wenn ihr euch die nicht unbedingt holen wollt. Lieber Conker Live & Reloaded. Ansonsten. Ansonsten. Bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich es endlich mal gespielt habe. Es hat unheimlich viel krassen Humor, lustigen Humor, grotesken Humor. Ein sehr, sehr tolles Spiel, aber auch ein sehr, sehr, sehr ekelhaftes Spiel manchmal. Aber nee, es ist einfach so abartig lustig. Erinnert euch noch an diese Kühe, die dann scheißen mussten? Was war denn das, ey? Ganz am Anfang noch im Spiel, ach man. Nee, aber tatsächlich, es war schon krass. Es war schon krass alles, was so drin war. Auch der heutige Stream eben nochmal mit dem Militärpart und jetzt nochmal die Matrix, er hat nochmal ihn drauf gesetzt und dann zum Schluss nochmal wieder mit dem Programmierer gequatscht hat, alter. Wirklich ein großartiges Spiel. Ein großartiges Spiel. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Trotz der Live & Reloaded Version, es gab fiese Stellen. Doch zum Beispiel dieses Rennen mit den kleinen Feuerteufeln, die mir Geld geklaut haben. Wenn Microsoft irgendwann ein neues, gutes Conker bringt, dann bin ich sofort dabei. Dieses Rennen war zum Beispiel fies. Oder der Kampf gegen den Dicken, wo das denn immer nicht geklappt hat, auch wegen der Steuerung. Weil die Steuerung war langsamer, als man gelenkt hat. Und es gab schon ein paar Stellen, die waren ein bisschen frustrierend. Aber da habe ich mich halt auch nur für den Moment aufgeregt. Trotzdem hat es immer Spaß gemacht und immer viel Freude bereitet. Ich finde so scheiße, dass das Ende jetzt wirklich so fies ist. Weil jetzt wissen wir halt auch, warum Conker im Intro so fies und traurig guckt. Das war auch immer geil. Tolles Spiel, ich kann es so weiterempfehlen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann zockt es. Aber es ist auch so ein typisches Spiel, was man halt einmal zockt. Da hat man die ganze Story und den ganzen Humor gesehen und dann reicht es auch. Also, ehe ich Conker nochmal spielen möchte, vergeht glaube ich eine ganze Menge Zeit. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Das Spiel sagt so, dein Leben mag scheiße sein, aber es kann immer schlimmer kommen. Stimmt schon. Woher weiß das Spiel, dass mein Leben scheiße ist? Nee, aber es war doch ganz geil. Noch mehr Anzugträger. Ah, Jen ist ja auch der Jen-Jen. Jen und Jen-Jen sind hier. Hallo Jen-Jen. Kommt vielleicht doch noch ein schönes Ende. Hä, ist das nicht der Militärtyp? Ja. 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 Das ist alles. Und wieder besoffen. Hm. Das war's dann wohl. Das war's? Leute, das war's? Haha. Manu. Das war's mit Conker's Bad Furley, Leute. Oh, Jinjin, tut mir leid. Was? Banjos Kopf hängt in der... Banjos Kopf hängt an der Wand, in der Bar. Banjos Kopf? Wo? Da hängt ja echt Banjos Kopf! Alter, was? Voll so als Jagdtrophäe. Ach, Freunde, das war's mit Conker's Bad Furley. Also, das Stream ist jetzt noch nicht vorbei. Wir haben ja bereits halb zwölf, ne? Wir gucken mal, was wir gleich noch machen. Aber auf jeden Fall... Auf jeden Fall war es ein sehr, sehr krasses Projekt. Vielen Dank nochmal an alle, die live dabei waren. Ich finde es gut, dass die Conkers Suizid weggelassen haben. Wie, was? Conker hat sich im Original umgebracht? Oh Gott! Heftig. Na ja, guck mal, Barry ist tot. Er hat ein Kind mehr sein Leben ohne Barry. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank an alle, die live dabei waren. Die das jetzt eventuell über YouTube oder sonst was ja doch über YouTube nachgeholt haben. Vielen Dank fürs Nachholen. Ich hoffe, ihr hattet alle sehr viel Spaß. Das war's mit Conker. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Wenn's wieder heißt, willkommen im Livestream. Also, mach's gut oder bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich freu mich jetzt mal. Ja, wir versuchen jetzt mal wieder hinzu. Imgensing dem Teil der Mischung. Haben wir mal wieder hinzu? Wir sehen uns dann. Vielen Dank.